Kaffee Sie machen ein guter Kopf, böser Kopf Wisst ihr, ich kann euch hüllen Halt die Klappe Na schön, nur bitte, tun Sie nichts völlig Verrücktes Ich mach nie was völlig Verrücktes Was sollte ich auch schon Verrücktes machen? Ich bin Police Officer, hm? Also soll ich ihm den Schwanz wegschießen? Sie sagten nichts Verrücktes und das ist ein absolutes No-Go, No-Go Dreh dich um, ich brauch dich dann für den Lügendetektor-Test Nehmen Sie sie weg! Dreh dich um! Nein! Keine Angst, das macht sie nicht, die macht hier gar nichts Oh, okay, Sie wollen spielen, dann spielen Sie doch mit Ihrem Skrotum und den Hoden, schön schütteln, weg damit